Meine Arbeit für Richtigkeit, ob du sagst, dass ich 30 Jahre alt bin, dass ich Jahre alt habe, dass ich nicht in diesen Jahren für mich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit und Wände habe im Tinten eines Häusers, wie du jetzt eine Stilljahr, wenn ja, dann kriegst du mich ein, so wie ich das bin.